Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute jogge ich wieder. Super Wetter. Ich bin im Taunus unterwegs. Da ist mal super Wetter. Ist ja auch geil. Muss man mal ausnutzen und laufe jetzt einfach solch den Wald. Eine Stunde ist der Plan. Wenn ich die Stunde gemacht habe, ist alles geil. Gleich nach dem Intro geht es sogar weiter. Bis gleich. Ich bin jetzt etwa 20 Minuten unterwegs. Ich habe ein gutes Tempo heute, weil ich laufe heute nur eine Stunde. Und allein, wenn ich mit der Tanja laufe, dann bin ich nicht ganz so schnell. Oder wenn ich weiß, dass ich länger laufen will. Das heißt, ich laufe heute eine Stunde, aber dafür recht zicks. Gutes Tempo drauf gerade. Das will ich auch halten. Gucken wir mal. Die Beine sagen gerade alles cool. Mal gucken, ob es so weiter geht. Ich bin echt gespannt. Nach 40 Minuten ist alles cool. Ich konnte mein Tempo gefühlt halten. Ich weiß nicht, ob ich schneller oder langsamer geworden bin vielleicht. Aber gefühlt bin ich genauso gerannt wie vorher. Deswegen alles cool. 40 Minuten habe ich noch 20. Das kriege ich auch hin. Super. Ich finde es geil gerade. Nach etwa 50 Minuten geht es schon ein bisschen in die Beine jetzt. Ich halte aber immer noch gefühlt das Tempo. Auch wenn es bergauf ein bisschen hart ist. Scheiße. Ich laufe und laufe. Noch 10 Minuten habe ich. Das sind 10. Bis gleich. So, ich habe es geschafft. Eine Stunde. Habe es jetzt noch ein paar hundert Meter, 200 Meter oder sowas vor mir. Dann bin ich bei meinem Auto. Ist alles geil. Gutes Tempo gehabt. Eine Stunde lang. Top Event heute. Also, Juri Jung und Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Bis zum nächsten Mal.